Ja auch, auch da von der Beukeller, auch die von der Beukeller, klar, keine Frage. Ja, stoße nicht den Kopf, das ist Metall. Ja, ich kann mir den Kopf nicht an meinen Arsch. Ja, was ist denn? Ist keine Frage, doch. Ja. Hör mal, hat hier einen Keks bei für den Schwagen? Hör mal, den hab ich hier angelockt, wegen euch. Wegen euch, jetzt erkauft doch mal Kekse hier, doch. Nicht immer noch, komm mal gucken auf meine Kosten. Guck mal hier, Schätzlein, keine Frage. Schwimmen erst mal, Mieter, kommst du heute Mittag wieder, alles klar.